Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Gausau. Die Märkte fahren Achterbahn. Die Angst vor einer neuen Finanzkrise ist groß, die Nervosität noch größer. Die aktuelle Lage ist nichts für schwache Nerven. Ist die Lage aber wirklich so schlecht wie die Stimmung oder betreiben die Märkte vielleicht auch? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die vergangenen Tage waren wirklich turbulent. Ja, Jessica, das waren sie, allerdings nur in bestimmten Segmenten. Insofern kann man trefflich darüber streiten, ob der Markt so turbulent war. Ich glaube, gefühlt mit Sicherheit, vor allen Dingen um Finanzwerte, auch bei den Zinsen hat sich einiges ergeben. Wenn ich mir aber den MSCI World beispielsweise angucke, hat er sich in der letzten Woche gar nicht bewegt. Er ist über zwei Wochen ein bisschen runter. Die Wachstumsaktien sind in der letzten Woche sogar gestiegen. Die Technologie hier gemessen am FANG-Index an der Wall Street sind sogar ganz massiv gestiegen. Auch Quality-Aktien sind gestiegen. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten. FANG, sag nochmal, was dazugehört. Facebook, Amazon, Apple. Genau, also das sind die großen, früher haben wir über die Awesome Aid gesprochen, nicht wahr? Genau. Die da drin enthalten sind, also die großen amerikanischen Technologiefirmen, die einem als erste einfallen würden, wenn man darüber nachdenkt. Und wie gesagt, das hat alles doch deutlich zugelegt. Insofern sind es natürlich vor allen Dingen die Banken, die hier nachgegeben haben, in der Eurozone seit dem 6.3. um 18 Prozent, in den USA um 22 Prozent. Aber wie gesagt, das alles betrifft nicht, und das ist sicherlich anders, als wir das sonst schon bei solchen Diskussionen erlebt haben, das betrifft nicht alle Segmente des Marktes. Also die Lage ist dann eigentlich gar nicht so schlecht wie die Stimmung und so richtig übertrieben wird dann auch nicht, auch nicht bei Bankaktien? Da könnte man ja vielleicht nochmal drüber reden. Ja, was heißt übertrieben? Also wir haben eben einen deutlichen Rücksetzer gesehen bei Aktien. Der ist ja ausgelöst worden durch Verluste, die es bei einer regionalen amerikanischen Bank gegeben hat, die Anleihen verkaufen musste, weil eben Einlagen abgefragt worden sind und sie das Geld nicht Cash irgendwo im Keller liegen hatten. Also muss eine Anleihe verkauft werden, das hat zu einem erheblichen Verlust geführt und dann wollte man eine Kapitalerhöhung starten, die ist gescheitert und dann nahmen die Dinge sozusagen ihren Lauf. Also seitdem spekuliert man natürlich, fragt sich der Markt, wer hat denn noch Anleihen auf der Bankbilanz, die möglicherweise jetzt ein Minus verzeichnen und welche Wirkungen könnte das denn haben? Es gibt Analysten, die sagen, dass das vor allen Dingen in Europa, weil die Kapital- und die Liquiditätsanforderungen doch völlig andere sind als natürlich vor Jahren und auch nochmal strengere als in den Vereinigten Staaten, dass hier das Eigenkapital nur zu einem überschaubaren, also im Nullkommabereich betroffen sein könnte. Auch die Liquiditätsreserven sind recht hoch, aber ja, der Markt fragt jetzt genau diese Dinge ab und man sieht ja, dass da durchaus auch das ein oder andere Institut dann immer mal wieder in Frage steht. Nun haben wir bei der Silicon Valley Bank und das war ja die in den USA noch so ein bisschen von einem Kollateralschaden der Zinswende gesprochen und da sind wohl auch ein paar Fehler gemacht worden. Nun hast du gerade schon das Stichwort Europa genannt und wir haben die zweitgrößte Schweizer Bank, die Credit Suisse, die auch ordentlich in Straucheln gekommen ist. Da gab es schon länger Probleme, Problemchen, immer größere Probleme und dann kam eben auch das Theater mit der Zinswende und den Anleihen. Trotzdem immer noch Kollateralschaden, immer noch keine begründete Angst vor einer Banken und vielleicht neuen Finanzkrise? Also du weißt ja, dass ich nie über Einzeltitel reden darf und insofern tue ich das jetzt hier natürlich auch nicht, aber ich halte das grundsätzlich für ein idiosynkratisches, also ein spezielles Thema. Ich würde mich da der Aufsicht auch den Notenbanken anschließen, dass wir kein Problem in der Breite haben, zumindest nicht was Liquidität und Kapital angeht. Problematisch würde es dann werden, wenn wir ein breites Vertrauensproblem haben. Unser ganzes Geldsystem hat eben viel mit Vertrauen zu tun und das erleben wir gerade wieder. Aber das würde ich jetzt noch nicht glauben, weil wir doch auch im Bankenbereich eher eine Flucht zur Qualität, wenn man das so ausdrücken will, hat. Also wo vermeidlich schwächere Aspiranten, da werden dann möglicherweise Gelder abgezogen. Aber wie gesagt, in der Breite kann ich hier kein systemisches Risiko oder ähnliches erkennen. Nun wissen wir beide, dass die Börse ja zu einem Großteil auf Psychologie beruht, zumindest so kurzfristig. Und ich glaube, die Nervenlage und diese Tendenz zu mal ist es die Gier, mal ist es die Angst, das ist glaube ich im Moment extrem stark zu beobachten. Die Aufsichtsbehörden, du hast sie gerade schon genannt, auch die Notenbanken, die Regierungen wollen beruhigen. Tun die genug? Könnten die noch mehr tun? Womit rechnest du? Wir haben diese Woche auch die FED, die ja tagt. Letzte Woche hat die EZB die Zinsen wieder erhöht. Ja, also Jessica, wie ich das vorhin gesagt habe, man muss da ein bisschen differenzierter, glaube ich, mit umgehen. Wir haben vor allen Dingen die Turbulenzen eben im Finanzbereich. Wir haben sie in anderen Sektoren eben nicht so stark. Wir haben auch den Finanzbereich, sind einige Unternehmen mittlerweile doch recht preiswert, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einen Blick wert. Also deswegen würde ich schon etwas differenzierter auf diese Themen zugucken. Aber du hast durchaus recht, dass diese Turbulenzen im Finanzwesen, die wir im Moment sehen, den Notenbanken sicherlich unbeabsichtigt, aber ein Stück weit die Arbeit abnehmen. Denn wenn das zu weniger gesamtwirtschaftlicher Nachfrage führt, zu weniger Wachstum führt, dann wird wahrscheinlich die Inflation auch etwas weniger dynamisch nach vorne sein. In den USA ist sie ja schon seit einigen Monaten gefallen. Also das führt dann dazu, dass der Markt zumindest jetzt spekuliert, dass die Notenbanken nach vorne deutlich weniger machen werden, als noch vor zwei Wochen erwartet worden war. Nun hat die Europäische Zentralbank nochmal einen Schritt gemacht. Das ist glaube ich auch richtig gewesen. Sie ist ja deutlich hinter der amerikanischen Notenbank. Bei der amerikanischen Notenbank werden wir jetzt sehen, die Stimmung ist so zwischen, sie pausiert und guckt sich das zuerst mal an bis 25 Basispunkte. Viele, die für 25 Basispunkte argumentieren, sagen, dass die Notenbank ansonsten ein Zeichen senden könnte, dass das Problem vielleicht doch größer ist, also deswegen schon allein 25 Basispunkte nochmal angehoben werden sollte. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich würde mich auch dieser 25 Basispunkte-Meinung anschließen wollen hier, aber die Notenbanken haben sehr klar gesagt, dass sie sowohl die Geldwertstabilität wie auch die Finanzmarktstabilität im Auge haben und im Zweifelsfalle entsprechende Maßnahmen auch ergreifen. Ein letzter Satz noch, Jessica. Die amerikanische Notenbank beispielsweise hat ja mit dieser Bank in Kalifornien, SVB, ein sogenanntes Bank Term Lending Programm aufgesetzt, die also sogar Anleihen dann zum Nominalkurs entgegennimmt, also nicht zum aktuellen Marktpreis, der durch die vorherigen Zinssteigerungen, die er gelitten hat. Also wirklich zu 100 Prozent, das heißt, sie nehmen zu 100 Prozent die Anleihen zurück? So ist es und das eben bis zu einem Volumen von zwei Billionen. Also das ist schon mal ein richtiges Fund, was da auf den Tisch gelegt worden ist. Ich meine, wir haben auch in der Schweiz gesehen, dass Liquiditätshilfen von der Schweizerischen Nationalbank gegeben wurden und ich hätte keinen Zweifel, dass die EZB beispielsweise wie auch andere Notenbanken ähnliche Wege gehen würden, sollten sich hier tatsächlich Liquiditätsprobleme ergeben. Aber es gab in den vergangenen Tagen ja nicht nur schlechte Nachrichten, es gab ja sogar mal ein paar gute Börsentage. Zu den guten Nachrichten hat gezählt, dass eben, du hast das gerade schon angesprochen, die US-Inflationsrate weiter sinkt. Gab es noch weitere Wirtschaftsdaten, die uns hoffen lassen? Also tatsächlich, Jessica, ist die Inflation etwas niedriger gewesen, als zumindest erwartet worden war. Vor allen Dingen auf der Headline im Bereich der Kerninflation. Also wenn man die Energie und wenn man die Nahrungsmittel rausrechnet, dann waren die Zahlen in den USA nicht ganz so gut. Aber immerhin, die Bewegung ist in die richtige Richtung. Es gibt ein paar andere Indikatoren, die nicht ganz so gut waren, wie beispielsweise das Konsumklima der Universität auf Michigan, was ein Stück weit enttäuscht hat, auch die Kapazitätsauslastung in der Industrie. Alles nichts dramatisch, aber es zeigt eben, dass die amerikanische Notenbank genau das bewirkt, was sie ja bewirken möchte, nämlich eine Abkühlung der gesamtwirtschaftlichen Lage und des Wachstums. Also wie gesagt, das könnte jetzt beschleunigt werden und da muss man gucken, wie man die Dinge miteinander ausbalanciert und dass da kein größeres Feuer entsteht. Wenn du dir jetzt diese ganze Gemengelage anschaust, also auf der einen Seite die fundamentalen Daten und das, was wirklich passiert, auf der anderen Seite die sehr hitzigen Reaktionen auch an den Börsen, auch wenn es vor allem die Bankaktien sind, aber stecken wir in einer schmerzhaften Korrektur, da können wir glaube ich einen Haken dran machen, oder könnte das sogar wirklich ein Crash werden? Also ich würde im Moment noch nicht an einen Crash glauben, weil ich wie gesagt im Moment noch nicht sehen kann, dass dieses ganze Thema um Finanzwerte herum systemisch ist, sondern das ist sehr idiosynkratisch und die Aufseher, die Notenbanken, die Politik hat das im Schirm und wird entsprechend agieren. Da habe ich wenig Zweifel, zumindest haben auch die Aufsichtsbehörden und die Notenbanken wenig Zweifel daran gelassen. Ja, wir haben sozusagen die Gewinne, die wir im ersten Quartal bisher erzielt hatten, die haben wir wieder praktisch vollständig aufgegeben. Das war ja eine Reaktion, weil der Winter doch milder war, weil wir keine Energiekrise gekriegt haben, weil wir dann doch mehr Wachstum hatten, als erwartet worden war. Das geht eben jetzt ein Stück weit wieder raus. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, man kann durchaus Geld am Markt verdienen. Es ist eine Situation, wo man eben sehr genau hingucken kann. Was sind denn Profiteure beispielsweise von der Eröffnung in China? Was sind denn Unternehmen, die ein gutes Geschäftsmodell haben und vielleicht jetzt preiswerter geworden sind? Wo gibt es Nachholeffekte zum Beispiel im Bereich von Freizeit und Reisen? Also deswegen wäre ich da jetzt nicht zu pessimistisch. Ich glaube, dass diese Turbulenzen eben durchaus Chancen bieten, sich auch im einen oder anderen Sektor, im einen oder anderen Markt zu engagieren und dann nach vorne hin auch schöne Erträge daraus zu ziehen. Ich würde jetzt so wahnsinnig gerne von dir konkrete Namen hören, aber das geht ja nicht. Wir dürfen hier keine Empfehlung geben, aber du kannst ja vielleicht doch mal in die Glaskugel schauen. Es dürfte ja in den kommenden Tagen, vielleicht sogar Wochen, etwas turbulenter bleiben. Wann rechnest du mit einer Entspannung oder ein bisschen weniger Glaskugel? Was muss passieren, damit sich die Lage entspannt? Ja, ich glaube, es muss ein klares Signal sein, dass wir keine Ausflüsse von Deposit sehen, dass die Banken stabil sind. Da haben nochmal schon die Aufseher und die Notenbanken einiges getan. Vielleicht ist das noch nicht ausreichend. Wir haben ja auch bei dieser Thematik, die wir jetzt über das Wochenende gesehen haben, hat die schweizerische Bankenaufsicht oder Finanzaufsicht verfügt, dass bestimmte Anleihen quasi wertlos werden. Und das hat natürlich dann heute am Montag nochmal für Irritationen geführt. Wenn also eine Politik, ein Staat eingreift, sagt, die Altaktionäre werden auch gar nicht mehr gefragt. Bestimmte Teile des Eigenkapitals werden als wertlos erklärt. Dann fragt man sich natürlich, wie geht Politik möglicherweise in anderen Ländern mit anderen Instituten um? Und dann ist der ein oder andere zunächst mal auf der vorsichtigen Seite. Genau das haben wir ja gesehen. Aber ich glaube, wenn man dann etwas genauer hinguckt, und auch das zeigt ja der heutige Tag, da ist vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wirklich übertrieben worden. Denn du musst auch sehen, dass europäische Banken mittlerweile mit einem Kursgewinnverhältnis von sechs, also ungefähr auf dem Niveau der großen Finanzkrise, bewertet werden. Und ich würde sagen, da sind wir aus verschiedensten Gründen nicht, weil das Eigenkapital besser ausgestattet ist, weil die Liquiditätsreserven da sind, weil die Risiken ganz anders verteilt sind, weil aber auch ein Derivatebuch nicht mehr so groß ist, weil der Interbankenhandel nicht in dem Maße mehr stattfindet, wie er das noch vor der großen Finanzkrise getan hat, sondern die Banken eben auch sehr viel mehr mit der Notenbank zusammenarbeiten. Damit hast du meine Abschlussfrage im Prinzip schon ein bisschen beantwortet. Wie sollten Anleger jetzt agieren? Also wenn ich sehr risikobereit bin, kann ich auf Schnäppchenjagd gehen. Wenn ich eher so ein bisschen ausgewogener oder konservativer unterwegs bin, was mache ich dann? Füße stillhalten, vielleicht ein bisschen breiter gestreut nachkaufen, Sparpläne lassen wir, glaube ich, auf jeden Fall laufen. Aber was würdest du dann sagen? Ja, ich würde sagen, dass sich solche, in Anführungsstrichen, besonderen Events, Ereignisse immer wieder dafür anbieten, langfristig Positionen aufzubauen. Aber man muss dann natürlich die gewissen Nerven mitbringen. Wer das nicht kann, der sollte, wie ich das vorhin gesagt habe, wirklich gucken, wer profitiert denn von einzelnen Entwicklungen, die wir ja auch sehen, beispielsweise die Öffnung in China, wer ist denn preiswert bewertet und hat nach vorne ein vernünftiges Geschäftsmodell und wird auch vor allen Dingen bei diesen ganzen Themen, die wir ja auch immer wieder diskutieren, weiterhin eine Rolle spielen. Digitalisierung, Modernisierung, grüne Transformation der Wirtschaft. Also das ist ja alles nicht weg, auch wenn wir im Moment hier Diskussionen haben in einem bestimmten Sektor. Ich glaube, dass diese Diskussionen enden werden, dass wir vielleicht noch ein bisschen Volatilität haben. Aber wie gesagt, die Signale, die da von der Aufsicht und auch den Notenbanken kommen, die sind doch sehr klar und von daher hätte ich auch den Mut, nach vorne mich hier zu engagieren. Ich glaube, das beruhigt eine Menge unserer Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für diese Perspektiven to go. Sehr gerne.